Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken, meine geliebte Community. Ja, seit Patch 10.0.7 gibt es nun eine neue Insel und damit geht auch ein neues Item umher, und zwar der Onyxia Sockelring, den viele von euch mittlerweile wahrscheinlich schon hier auf 4.24 gebracht haben, dort ihre Steine reingemacht haben, aber sich noch immer nicht so hundertprozentig nun sicher sind. Ist dieser Ring nun besser oder ist dieser Ring nun wirklich eigentlich schlechter als vielleicht mein 4.21er oder vielleicht auch mein 4.15er oder mein 4.18er Ring, den ich alternativ eigentlich trage? Und dem Ganzen wollen wir heute nämlich auf den Grund gehen, dass ihr richtig herausfinden könnt, ist dieser Ring nun besser oder schlechter? Nun möchte ich am Anfang, bevor wir das Video richtig starten, eine ganz, ganz große Danksagung an den lieben Sven aus der Community machen, denn der hat das Ganze hier unter anderem nämlich mit supportet und ermöglicht, dass wir das Ganze jetzt hier richtig machen können. Und was er uns da gegeben hat und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Als allererstes ist hier ganz wichtig, wir müssen einen anderen Ring anlegen als unseren Onyxia Sockelring. Da habe ich nämlich hier mein zum Beispiel mein 4.15er Ring schon komplett verzaubert und versockelt. Den tauschen wir als allererstes aus. Das ist ganz wichtig. Wir möchten hier nicht den Onyxia Sockelring anhaben, weil wir sonst den Sim hier nicht perfekt machen können. Haben wir das Ganze gemacht? Dann gehen wir erstmal in den Chat hier unten einfach ein Slash Sim und C, machen Steuerung und C, kopieren das Ganze. Haben wir das Ganze nun auch ebenfalls erledigt? Dann gehen wir hier nach Raidbots rein. Kennt jeder mittlerweile die Seite Raidbots.com. Sind wir nun auf der Seite drauf, aber falls ihr sie nicht kennt, ich verlinke sie euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Haben wir das nur gemacht? Gehen wir hier auf AdWords und fügen dort einmal erstmal unseren String auf Steuerung und V einmal ein. Nun haben wir hier den ganzen String eingefügt. Nun müssen wir aber eine Kleinigkeit da hinzufügen, damit wir unserem Ring nämlich auch optimal simmen können. Und das hat uns der liebe Sven nämlich zur Verfügung gestellt. Das ist einmal diese riesige Datei hier, die beinhaltet alle Kombinationen auf dem aktuellsten Stand der Blizzard Patch Notes, wo wir gucken können, welche Ringkombination ist denn nun für uns persönlich die beste. Das Ganze machen wir hier einmal mit Steuerung A, Steuerung und C. Haben wir das Ganze gemacht, gehen wir hier wieder in unseren Simulation Craft Text rein. Jetzt sind wir hier unten bei Check Sum. So, da einmal ganz hinten hinklicken, einmal Enter drücken, dass wir eine quasi Etage tiefer sind, dann Steuerung und V. Da fügen wir jetzt einmal alle Kombinationen ein. Nun geht das Ganze weiter. Möchten wir nun Mythic Plus Content raus simmen, dann wählen wir hier Dungeon Slides. Ganz wichtig, hier wählen wir dieses Mal nicht die Weekly Variante aus, sondern die Nightly Variante aus. Das wäre es, wenn wir im Mythic Plus Content das Ganze simmen möchten, wie stark wäre dort zum Beispiel der Ring. Aber Alternativseite, vielleicht auch Vader und wollt wissen, lohnt sich der Ring vielleicht auch auf Single Target? Dann gehen wir hier hin, wählen Patchwork aus, wählen 5 Minuten einmal aus und wählen dann dementsprechend zum Beispiel bei Eranok ein Boss aus. Wählen beim Council, wählen wir dann zum Beispiel 4 Bosse aus, bei Terrors wieder ein. Denn je nachdem, bei welchem Boss wir wo sind, wählen wir einzelne Simulationen aus und simmen das Ganze dann auch hier in der Nightly Version einmal durch. Und dann sagt uns Wadespot persönlich nun auch, welche Ringkombination ist denn nun die beste oder ist eventuell der Ring sogar vielleicht schlechter für uns. Das Ganze machen wir einmal, wir machen das Ganze jetzt hier auf Dungeon Slides. Wie gesagt, da brauchen wir nichts einstellen, völlig egal, weil hier wird automatisch ausgestellt. Nightly drücken auf One Simulation. Jetzt simmt er einmal alle Kombinationen, passend auf dem aktuellsten Stand hier einmal durch. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn der Sim einmal fertig ist. So, da sind wir auch schon wieder und nun sind wir hier einmal mit unserem kompletten Sim fertig. Sehen hier, die beste Kombination wäre bei mir der Blutstein, der Twilightstein und der Stormstein. Das sind sogar die drei, die ich hier nämlich sogar drin habe, entspricht 1,9% mehr DPS. Wenn wir das Ganze jetzt in Zahlen sehen, dann haben wir hier eine DPS-Zugewinnung von 1732. Das ist dann schon mal gar nicht mehr so viel. Kann natürlich sein, dass bei euch zum Beispiel sowas steht wie minus 0,9% ganz oben als Beispiel. Dann heißt es, wenn hier oben minus stehen würde, dann wäre für euch alle Ringkombinationen einfach schlechter als die Ringe, die ihr zum Beispiel anhabt. Das Ganze ist beim DH auch so. Es gibt Ringkombinationen, die einfach wirklich besser sind als der Ring von der Insel. Aber für mich zum Beispiel wäre einfach meine Ringkombination nochmal ein 1,9%iger DPS-Zuwachs. Daher nehmen wir das Ganze hier in dem Fall natürlich auch einfach mit. Ich packe euch unten in die Videobeschreibung einmal den Link, wo ihr die Textdatei runterladen könnt. Dann könnt ihr euch die, wie gesagt, manuell einfach hier selber einfügen. Auch den Link zu Waybots packe ich euch einfach rein. Sollten da mal Änderungen kommen, dass man da nochmal sagen muss, okay, Blizzard hat da nochmal einen Feinschliff gemacht. Dann werde ich das ebenfalls natürlich irgendwo im kurzen Infovideo oder auf YouTube in dem Community-Tab einfach bekannt geben, dass ihr dort nochmal manuell eventuell eine neue Datei runterladen könnt. Um dann natürlich auch dort bezüglich immer der Ringkombination auf dem aktuellsten Stand der Technik sein könnt. Ansonsten, ja, gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Sollte einfach ein kurzes Informationsvideo sein, wie ihr jetzt rausfiltern könnt, was für euch persönlich einfach die besten Ringkombinationen sind, um den maximalen Damage zu machen. Wenn das Video euch gefallen hat, es euch weitergeholfen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben, da ihr wisst, meine Freunde, Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Schräumchen. Und bringt diesen Kanal hier natürlich voran. Möchtet ihr was schreiben, dürft ihr dieses jederzeit gerne tun, denn das ist auch gut für den Algorithmus und schlägt dieses Video anderen Leuten vor, die eventuell auch wissen möchten, welche Ringkombinationen sind denn für mich am besten. Da reicht ein Daumen nach oben, da reicht einfach keine Ahnung. Vielen Dank, ihr könnt euch auch gerne bei Sven natürlich bedanken, denn der hat uns das Ganze hier einmal zukommen lassen, den Custom String für diesen Ring. Ohne ihn wäre dieses Video also auch gar nicht entstanden und auch gar nicht möglich gewesen, dass wir dort einfach wirklich mal richtig rausfiltern können, welche Kombinationen sind für uns die besten. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr oben rechts jederzeit gerne auf kostenloser Basis einen Follower da lassen, dann werdet ihr immer informiert über Tipps, Tricks, Guides rund um World of Workcraft. Möchtet ihr mich live erleben, möchtet ihr vielleicht live einfach auch mal Fragen stellen, die einfach so beantwortet werden sollen, möchtet ihr das, könnt ihr unten in der Videobeschreibung ebenfalls gerne kostenlos auch dort auf den Twitch-Link klicken. Und auf kostenloser, freier Basis natürlich auch da gerne einen Follower da lassen, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten bleibt alle gesund, bleibt alle munter, vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten und Dabeisein. Ich bin raus, haut da rein, euer Brocken.